Auf dem Trainingsplatz der Feldwebel Lilienthal-Kaserne in Adelheide bringt der 62-jährige Gerhard Herrmann einer Gruppe von Motorradfahrern einige Kniffe für das Fahren auf zwei Rädern näher. Abschluss des zweitägigen Programms ist stets eine Wiederholung von Erste-Hilfe-Maßnahmen am Unfallort. Erstmals findet auch ein Fahrsicherheitstraining für junge Fahrer zwischen 18 und 24 Jahren statt. Dieses Projekt wird vom Landkreis Oldenburg bezuschusst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017